Hallo Leute, das hier ist nur so ein kleines Infovideo und zwar kommt das heutige Video leider etwas später, da ich gestern Abend nicht so wirklich zum Hochladen gekommen bin. Aber es kommt heute auf jeden Fall und ich werde auch heute Abend wieder daran kommen aufzunehmen, dass dann morgen wieder, so wie immer, jetzt da hoffentlich um 13 Uhr die Videos kommen. Also heute das Video kommt etwas später.